Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Mac G's Alice wir sind hier im letzten Partie der Mood hier 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 von hier sind wir willkommen genau da da mit tollem Wasserfall und so weiter und nun müssen wir hier lang vermutlich mal ich hab immer so Angst dass hier so Gegner rumfliegen die mich auf einmal abbombardieren und das finde ich doch nicht so schön ich weiß so gar nicht wo ich hier muss ich hab mal eine Idee ich hol mal die Grinsekatze die da so halb draufsteht ach und das Ertragen von Schmerz hat sein von Wert ok Schmerz wert Schmerz ist viel wert wenn man ihn denn will nicht wahr so ok es leckt gerade warum leckt es denn kann ich soll ich kann ich soll ich da vielleicht ja so war das jetzt nicht geplant aber ich bin immerhin hier drauf hier drauf gelandet die bewegen sich richtig ja die bewegen sich das ist lustig hier bin ich wieder drauf auf die drauf aua doof ist scheiß Viech ich höre ich so schlecht weil ich meinen Ingame Sound so leise ja 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 hallo komische Rose oh Gott das will bams 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 ach so nur du brauchst nur zwei Schläge auch in Ordnung noch etwas was mir irgendwie ankragen will da hinten dacht ich erreichen die gar nicht mehr wie doof ich hab folge nicht machen ach da ist noch was wieso seh ich euch nie 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 oder dich in Ordnung gut du bist tot finde ich auch gut ähm ähm wo sag ich denn hier gibt es so viele Wege ne das ist anstrengend Alice nein hier kann ich nicht hoch speichern wir mal einfach nur so weil ich weil ich halt übelster Schitter bin ähm Moment 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 das ist ein wenig hallo ey ne hier schön brav bleiben von hier sind wir von hier sind wir komm mhm sieht einfach so aus als müssten wir da rüber zu dem Pilz aber ich glaube ich erstmal dahin in die Ecke wo der Gegner stand also diese übermonstuelle Rose ach da ist ja unser Nienchen und dich nein aua nein ah wieso ich mach die zwar tot aber dann landen die genau auf mir drauf was bringt es denn total mein Messer mein Messer mein Messer mein Messer oh Gott oh Gott da soll ich jetzt oh okay hast dir nicht weh getan gut das ist schon mal sehr gut sehr sehr gut da ist äh ja dich sollten wir wenn möglich kaputt kriegen gecheckt hast du es auch noch nicht mal dass wir dich angreifen cool und bist sogar vorher schon gestorben das ist auch cool äh ja 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 gut alles mach einen auf Tarzan Tarzine und ui ein bisschen runter hier nein runter so genau dann schwingt es nämlich leichter und du haust dir nicht so die Fresse ein wenn du denn da landest weil das tut denen weh wenn du da so volle Erde von weit oben daher springst okay wir sind hier wir sind hier hier müssen wir hier vielleicht rein vielleicht wahrscheinlich konnte man so wie man wollte halt hier rüber entweder da durch oder durch die Pilze ich wollte es gerade Pflanzen nennen als sind Pilze konnte man wohl so machen wie man wollte okay was ist denn hier was ist das wahrscheinlich sehr sehr wichtige Lebenselixiere oder irgendwelche Elixiere die das sehr sehr anheben das Leben ich hab keine Ahnung aber das Leben ist ja auf jeden Fall voll von daher bringt das ja eh nichts okay wir kraxeln hier hoch und das macht so Spaß so okay los Alice beweg dich komm hier zack schaffst du und boing da ist noch so ein Lebensding da müssen wir wahrscheinlich hin okay wie soll man denn da hochkommen bitte ach so mit dem Pilz auch noch egal geschafft Gegner 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 oh ganz schlechte Idee wieso muss ich immer alle vorwahren dass ich da bin jetzt ist er noch nicht mehr tot gut Links, rechts, gerade, aus. Nee, nee, hier war doch... Ah, ja. Okay. Nee, nee, nee. Ja, hier, hallo. Aha, aha. Oh. Oh, oh. Hä, was war das denn jetzt? Ja, ich weiß, dass ihr mir nichts Gutes wollt. Ach, schon wieder so viele. Könnt ihr euch gar nicht von mir trennen. So, okay. Das war doch mal geschickt, war total gechillt da so zur Seite gegangen. Okay, unsere Brücke ist wie wir eben gesehen haben, eingestürzt und deswegen müssen wir wohl den umständlicheren Weg mit den Pilzen nehmen, was gar nicht mal so schlecht geklappt hat. Da hätten wir uns jetzt noch Leben holen können. Oder was ist da? Nein, nein, das ist eine Waffe. Da will ich hin. Das ist eine Waffe, ja, das ist eine Waffe. Oh, eine neue... Uh, hallo. Du sahst gar nicht aus wie ein Gegner. Wieso... Du ziehst mich irgendwie so an, kann das sein? Du tust mir aber nichts. Okay, der zieht mich so an irgendwie, wenn ich mich überhaupt nicht bewege. Okay, nee. Das war keine neue Waffe. Das war unser komischer Feuerdreher-Leihkasten. Leiherkasten meine ich. Nicht Leihkasten. Dieses hier. Dieses Moment. Ich weiß immer, die Tastbelegung nicht so ganz... Nee, das ist der Würfel. Das hier. Das, was Feuer spuckt. Ich hab den Namen dafür... Ach, Hasenbombe. Genau, Hasenbombe. So heißt das Ding. Hab ich auch in die letzte Videobeschreibung reingeschrieben. Bin ich blöd. So, äh, ja. Upgrade oder hat's Mana voll gemacht? Ich hab keine Ahnung, was das eben so genau bewirkt hat. Kann mir ja mal jemand schreiben. Also irgendwo in einem Part eine... Ich mich noch, dass der Cricket... Ding, Stab, so. Ähm. Genau so in so einer Feuerdingens war. Und da sind wir auch reingelaufen. Und dann hab ich gesagt, Upgrade. Aber ich war mir halt nicht so ganz sicher. Und... Könnte ja sein. Naja. Okay. Jetzt... Sind wir wieder hier? Was heißt wieder? Wir sind... Wir sind... Irgendwie sieht das immer so gleich aus hier. Aber ich versuch mal mein Bestes. Ich kraxel hier mal hoch und guck mal, was es hier so gibt. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich hin muss. Was ist eigentlich unser Ziel? Ach ja, die Raupe. Die Raupe besuchen... In Alice im Wunderlandland war die Stimme von der Raupe dieselbe. Die selbe wie von Alan Rickman, beziehungsweise auch im Original, also die Deutschstimme, die so häufig von ihm synchronisiert wurde. Hallo. Stirb. 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 So, okay, tot. Ähm. Ich hasse das, dass die Bomben da so blöd und auch immer runterfallen. Fallen. Oh Gott, ich dachte, da wäre was. Fallen. Da hinten ist auch was. Da ist so eine dumme Rose. Ich nenne sie jetzt einfach mal durch, weiß ich, wie das. Ich glaub, also hier schweiche ich auf jeden Fall, weil hier wieder irgendwas... So ein reißender Strom finde ich gar nicht gut. Der führt bestimmt irgendwo hin, wo es doof ist. Oh Gott. Ja. Und mir passiert das schon gleich, dass ich hier... Hier. Ich stehe nie. Sauf ab. Ich 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 sauf ab. Ja, cool. Cool. Wo lande ich denn? Batsch. Ach nee, ich lande da. Och, toll. Noch eine Runde tiefer. Nee, komm, dann lade ich jetzt. Das ist mir zu doof. So, jetzt bin ich mehr. Cool. So, laden und so. Das hat voll, voll das... Das finde ich gut. Laden, speichern, laden, speichern. Finde ich gut. Ui. Hi. Na. Ja. Wow. Einmal mit den Karten geworfen. Und die ist im Eimer. Also, die, die, die selbst die Marienkäfer, die brauchen mehr. Das hat fast nicht. So, okay. Okay. Schaffst du da auch schon? Ja. Springen. 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 Festhalten, festhalten, festhalten. Danke. Danke. Da ist auch Leben. Wie kommt das da hin? Ach so, weil da der Marienkäfer eben war. Oder? Ich glaube schon. Hatte ich eben gespeichert? Ja, ich habe eben nochmal gespeichert. Egal. Ich will da rauf. Ich will da rauf. Und dass du mich trägst. Huch. Wieso? Apula. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Auch in Ordnung. Oh, was passiert jetzt? Krautland. Ja, dann ab zum Krautland, würde ich mal sagen. Krauti, Krauti, Krauti. Krauterisch geht es weiter im Krautland. Das ist so strange, how quiet it is here now. I don't like it. I don't like it. Caterpillar is just being on the clearinghouse. Let's sacrifice stealth for speed. Ja. Zu viel Nebel eingeatmet. Vom Wunderland. Und von der Raupe. So, die koks doch immer, oder nicht? Oh mein Gott. Was ist das? Hilfe? Oh mein Gott. Ach, du schieße. Platter Hase. Nicht falscher, sondern platter. Oh Gott. Ich wollte um mich auch schicken. Sie sitzt da, heult und die Grünselkasse kommt. Jetzt. Die heulen nicht. Mach einfach weiter. Scheißegal. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Ich leide hier selbst mit Leid. Oh mein Gott. Platter Hase. Okay. Aus diesem Anlass. Denke ich mal. Mache ich an dieser Stelle einen Schnitt und im nächsten Part kümmern wir uns um den Mörder dieses platten Hasens. Er war so, so, so unser bester Freund. Wir haben immer so viele Spielminuten mit ihm zugebracht, um ihn hinterher zu rennen. Und jetzt ist er einfach nur platt und tot und bleh. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.